das erste wasserlevel weil das eiswelt die eiswelt ist auch rechtzeitig wir müssen auf die palmen ich mich nicht auf die palme okay ich gehe auf die palmen weil ich bin ich liebe das glitzern im wasser ja das kann die switch halt nicht das weiß ich nicht nein ich wünsche es dafür zu leisten oder so perfekt ich habe etwas eingesammelt das ist das ist das dümmste was ich das geht hinter dem wasser bist du auch jemand denn die eisblume hast du gibts keine eisblumen ja aber ich hasse die eisblumen ja ich finde sie bei galaxy cool oder sonst sehe ich da auch nicht viel sinn dahinter ich verstehe sowieso nicht den sinn dahinter unsichtbare wände hier durchlässige da oben ist aber was ich glaube der erste stern ja safe geh rein das ist cool ich werde hier gibt es ein pixel luigi bist du nicht mehr ich wollte jetzt aber ich war ein bisschen zu langsam egal ich will es einfach nur durchspielen spaß haben also feiere ich das projekt jetzt schon ist es ganz lustig ja ich gehe oben du gehst oben jetzt bringt diese kamera folgt dir nein die kamera folgt dir oh doch es gibt durchlässige wände ich sehe aber nichts weiß nicht wo ich bin da kann man ich kann den stempel hin nein nein warte guck hier was war das ach ein canon head canon head boah ich habe angst du kannst mich jetzt abschießen er schießt automatisch ja du kannst getrückt halten nein jetzt schießt automatisch kannst du nicht getrückt halten nein also war das sogar wichtig ich wusste ich nicht das ding irgendwie auf der schaden kriegen ich weiß nicht warum oder machen ich weiß es nicht aber ich glaube nicht dass wir vielleicht brauchen wir den ja noch am ende wieso sollte man hier zeitprobleme haben siehst du das da oben ich hab gesehen dann geht es da weiter ich glaube nicht es geht da weiter und du hast mir auch in die fresse geschossen andere seite andere seite ja geh andere seite warte doch ja mann dachte ich mir auch gerade ey wir haben ich bring auf mich das ist ja nix warte mal hier arschbombe ne bringt ja nix noch mal 1 2 3 1 2 nein warte doch 1 2 3 ja mann ey wir haben irgendwas gekehlt was denn es sah so lustig aus wie du von dem ding weg rennst so nooo ja hast recht die folge geht jetzt sogar schon länger weil die welt größer ist das geht nicht wenn wir aufhören so mittendrin tschüss verbisst euch nein alles gut nein natürlich nicht bleib bitte hier wir mögen euch wir sind so alleine die welt ist cool hier gibt es dieses fake mario kart hier gibt es noch mario kart level pass auf hier spüren wir jetzt mal ja lol was ist das denn kennst du nicht nein da kommt die super mario kart musik aus super nintendo mount must dash und ich hab den geilsten charakter dafür wer bin ich das ist ein rennlevel tatsächlich oh helfe meine sind guck mal hier schenk ich dir lol gleichzeit lol ey das ist voll cool das level ist richtig geil oh nein ich kann nicht aufhören Lucario ich kann nicht aufhören zu rennen ne kann man ja auch nicht das ist ein speed level speed wird hier groß gespielt du 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 ne hier kommt ein anderer auf ihn schade ach guck mal das ist genau der abhaut nein alles gut nein du assi hä ich bin gerutscht ich wollte auch rutschen oh oh yippie hui oh nein jetzt muss ich an den sound denken du das ist echt sexy ich bin auch so froh dass ich die toad spiele warum weil hier der schnellste ist ne warte alles versammelt erstmal jetzt rutsche ich hin ja ja also du musst da hinkommen nein nicht da rein komm spring du musst einen drehsprung machen mach einen drehsprung auf mich wie geht das drehen und dann springen also wirklich drehen und dann nein du musst in der luft bleiben dann also bei ansprung mäßig ich bin dumm alter scheiß drauf man alles verkackst weg geht doch mehr nicht mhhh mhhh als wenn du springst bist du noch schwer echt ja warst du gerade rutsche das sehe ich nochmal krass alter hä warum machen die keine hämmer fragt die mal habt die ihn auch wir brauchen nur Röhren mach weiter jetzt weiter jetzt weiter jetzt weiter jetzt der level ist nicht mehr so groß es kommt noch ein geiles level weil ich sie machen und zwar herbst im winter? ne nur herbst. warum? das ist nur ein herbstlevel. ok warum? und ich bin peach. und ich bin peach. toad peach. so chat. warte auf mich. hi. hi. das level ist ja echt schön. ich mag es nicht. oh galaxy viecher. echt? ja. ja. ok. warum? weil du hast galaxy kopf. was hast du? was? wie hieß es? womit denn? mit deinem arsch. ist hier was? ne da ist nichts. ne da ist nicht das wird jetzt schwierig. es ändert jetzt. was passiert eigentlich? ja nix. komm. was passiert? wir müssen auch gleich ein stern. so und kriegt einfach nix ab. aber ich nimm das was du übrig lässt. ne. ist durch ein paar. ja ok. dann. ne. gehst du nicht. bin sauber. ne. bist du nicht. da ist was in den bäumen. da war jetzt nix. doch da war bei mir was. ja? ja münzen. jam. brauchen wir mal wieder mehr leben. war der da? ja. nice. ok let's. ok let's. ok let's. du dummer. cooler typ. das wollte ich sagen. du bist. geh. nein. 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 ich glaube hier kommt mal voll krass abkürzen. ja ich glaube auch. natürlich zählt der fans tot. was hast du denn gemacht? bist du hinterher gesprungen? ja zu spät. jetzt springen wir es mit mir. nein. nein. dich nicht. oh. durch den weg. jungen. alles deine schu... da guck pixel luigi. guck guck guck. wenn der nochmal guckt. hast du Schaden bekommen wegen dir. nee. jetzt kommt der nicht. nee. der kommt rein. ach wie alter. komm. jetzt haben wir müssen sauber. ok. ja ja. jetzt komm. jetzt aufs dritte. oh nein. oh nein. wir haben nur noch sechs leben man. oh nein. oh nein. diese bubble. nein. das wollte ich nicht. ja. schmeiß mich runter. alles gut. oh nein. kannst du schon. lecker. alles. als. springst du mit mir? ja. los. ist das überhaupt wichtig? nee. ich glaube nicht. noch. kein leben mehr. ja. entschuldigen wir uns jetzt dafür. ja. entschuldigung leute. wir sind. dachte wir können so abkürzen. ja. ich auch. können wir bestimmt auch genutzt dafür. wahrscheinlich. hab ich recht. noch nicht. warum immer nur eine. oh. 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 warte. zurück. da war eine sternblume. äh. stern. 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 blünn stern. oh. warte. wie kommen wir da hin. ich bleib hier stehen. ja. und dann. ich weiß nicht. wie ich da rüberkomme. ich auch nicht. ja. ich hab hier drauf. ja. oder. jetzt ducken. nein. komm mal. komm mal mit jetzt. schnell. tatsächlich. duck dich. ich opfer mich für dich. bist du blöd jetzt? ich opfer mich für dich. bist du blöd jetzt? was für opfer? wir haben kein leben. ich weiß. komm jetzt nicht wieder. ich komm jetzt. nee. es bringt nichts. weil du kommst hier eh nicht drauf. metten. ja. wow. du bist so damn. du bleib da drin jetzt. auch wenn wir eh keine chance mehr haben. ich muss kurz gucken wie wir abkürzen. ja. einfach puff weg. wir sind game over. du bist so schlecht. weißt du was das schöne für mich ist? ich kenn das spiel nicht. deswegen ist es logisch, dass ich die fehler mache. aber ich finde es. ich finde es. ich finde es. unterhaltsam ist das ding. was. ich finde es. aber unterhaltsam. es gibt bestimmt leute die lachen. sie gibt es auch komplett weg. wegen meiner. geile. jetzt gewinnen wir. nein. alter. sorry. alter. so schlechte. nee. so schlecht sind wir jetzt doch. das sah voll cool aus. das war aber auch kritisch bei mir. hallo. geh doch da hoch. du bist doch so ein jump man. jump man. der deutsche. wollte ich jetzt sagen wenn man deutsch ernst nimmt. wusstest du das? nein. natürlich nicht. das hätte ich schon länger das one gewonnen. 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 so ja. wie ein glücksspiel war es. was willst du was? jetzt guck es. jetzt guck es. jetzt guck es. ja. hui. warte. warte. da ist was. nee. da war was. ach so schon. der stell. komm her. dann. dann. guck mal. bumm. so. hier gönnt ich. alter. meine hältung ist sogar noch länger. warte. jetzt mach ich wieder. geht nicht. das wäre ja auch unlogisch. nein. das wäre auch unlogisch. das war voll geil aus. kritisch. ineinander kritisch. eigentlich müssen wir nur mittig bleiben. oh. ich glaub das war nur mittig. alter. hast du gesehen? speedrun. alter. ja. ich dachte so. wir machen diesen chilligen. er höchst. auf einmal die arsch bumme. geisterfahrer. aha. ich muss es sehen. nee. und die besser sind. pass auf pixmuji. ja okay. zeig. jetzt kommt der nicht mehr. der war einmal da. dann kommt der nur einmal. nein nein nein. komm her. komm her. ich bin fast wieder gefällt. alter. okay mach was cooles. nice. mach noch was cooles. komm 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 komm. ja okay. zack zack. der fahrstuhl. der fahrstuhl. der fahrstuhl. der fahrstuhl. die rote münze. so. ganz schnell ich jetzt. jetzt komm. hab ich sie schon wieder gepackt. ja. nein. doch. hey. pass auf. duck dich sofort. hey. bin ich. okay. lass mich das machen. ich sag ne. kann man das. boah. das war skillig. skillig willig. alter. wir sind echt gut. oh mein god. das war richtig. richtig so. wo bist du. bleib da. bleib da. bleib da. aus der stern. da. da bei mir. ich weiß. das war richtig. war hin und her. ich hab ihn nicht bekommen. okay. geratte mich. geht nicht. spring. spring. was hast du das gesehen. warte ich will den. bleib da bitte. ich bin doof. okay. aber warte mal. kommen wir zurück. ich glaub nicht. mit so viel fallen. wir haben verkackt. gebraucht. ja. oder warte mal. mit speed. ey. wie sollte man. das machen. aber ich hab mich so geil gerettet. ja. was war das. ja. nein. vielleicht. okay. okay. schnell auf mal. wir springen gleichzeitig. ich weiß nicht. autowaschanlagen. säuberer. geile. das bin ich auch immer. nein. ooooh. boah. wir rennen. scheiße auf den hit. jetzt junge. pass auf. also was denn kommt wieder. jetzt pass auf. fach 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 fach. oh mein gott. nein. ja alles gut. ja. hä. egal. das war cool. das war cool. ja. ich will es mir vorstellen. alex wollte gerade zum faust gehen. und ich wollte so. einschlagen. ja. ich habe mich ganz selber eingeschlagen. weil du es nicht gemacht hast. das ergibt nur sinn. das war der ps5 controller. das war der ps5 controller. das war der ps5 controller. das ist so behindert. ich habe ein facecam ist das problem. bei mir zuhause. ja du. aber ich nicht. eine 1080pcam. gangsta. lebst ja echt in neuer zeit. ja. ja. ich fühl mich ausspioniert. ich mach die aber auch wirklich immer ab vom pc ne. blizzard wartet schon auf uns ey. gehört. was. ich mach die aber auch wirklich immer ab vom pc. sobald ich den pc ausmach. ist auch richtig so. weil ich habe so angst da ausspioniert zu werden. so wir schauen uns mal kurz was hier drin ist. ich warte nicht so. vielleicht denkt manche leute so. warte 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 warte. warte warte. warte warte warte. ach gut. und das hier. dann nehme ich das hier. und das hier. hä? und das hier. nein aber guck mal. äh. Auch wenn viele Leute sagen, ja die spielen jetzt sowieso keine aus. Digga, man wird... Irgendwo safe. Es muss nicht mal einer von der Regierung sein, es kann doch einfach irgendjemand sein. Weißt du, die Leute beschweren sich ja, Kameras spionieren uns außen, aber wir tragen jederzeit unser Handy bei uns, weißt du? Die größten Sachen zum Ausspionieren. War mir da unten schon? Ja. Ich guck nochmal ganz kurz. Ja, okay. Ups. Ups. Ich lebe auf. Aufschluck. Oh, das Level mag ich nicht. Schluck runter. Oh nee. Toast. Loll, Peach. Ja, richtig, ey, krank. Voll nice. Aber ich mag das Level nicht. Nice, Green. Du hast direkt einen Stern, wenn du das beinimmst. Was ist, wenn ich einfach hier bleibe? Stirbst du irgendwann? Weil die Gleise hört gleich auf. Und dann renn ich halt neben den Gleisen weiter. Ja, die hört ja gleich auf. Nein. Nein. Hab ich dir gesagt. Hä, Katzenwillis. Ich will die. Katzenwillis. Nein. Hab ich's noch bekommen? Nein. Was bekommen? Da war ne Katze. Äh, Tanuki. Arsch. Haben hier nicht Sachen raus? Wo? Hier. Ich meine, hier kommt was raus. Was soll denn da rauskommen? Was ist das für komische Vieh? Noi. Wo kam der denn? Den habe ich getrunken aus. Yu-Gi-Oh. Ich dachte, da war der Yu-Gi-Oh. Echt? Yu-Gi-Oh. Mach lieber. Ich hab gar nicht. Scheiße. Ich kann mich nicht kontrollieren. Es tut mir leid. Oh, ey. Jetzt noch mal. Oh, Mann. Du willst Rockett gehen. Ja, Pech gehabt, ne? Das ist alles cool. Kommt davon, wenn man mich platt drückt. Gut, der hätte die... Ja, gebraucht. Ey, glaubst du den da unten töten? Was ist mit dem Schaffner los? Das ist heute gar nicht wieder. Jetzt hab ich ein Problem. Jetzt hab ich fremd. Warte, vorne ist safe. Oh, noch irgendwas. Und das kriegt der Lock auf. Digger. Wettel. Wettel. Im Menschen. Komm mal nie rein. Und dann so den Boss überraschen. Pass auf, bring dich nicht um. Nein, man sollte wirklich hier hin. Ach, man kann da hinten, ja. Ich geh in die Röhre. Nein, jetzt. Dill, was ist das? Jetzt kommt Wombrina, ne? Ja, jetzt kommt... Die heilt dich da. Die heilt Naruto. Äh. Ah, keine Ahnung. Die heilt's eh irgendwie anders. Mein Gott. Das ist nach Wombrina. Okay. Das Ding ist, die kann wirklich Ninjutsu. Das ist cool. Aber die mit dem pinken ist ja richtig. Du bist so ein Assi. Das war keine Absicht, man. Ja. Hier, die unten ist. Das ist recht. Das war der Gegenteil. Fuck. Bist du grad in der gestorben? Einfach so random. Ja. Hier unten. Nee, oben. Ich kann sie schon wieder oben. Ich spiele mal in diesem Bild. Das heißt, das Level, ne? Hui. Lol. Peach kann rutschen. Ja, warum denn nicht? So, Blizzy ist da. Nein, nein, nein. Die eine, wie hieß die? Sunschein. Nein, Saria. Saria. Und das ist Sunschein. Und das sind... Blizzard. Blue. Und dann schulden. Captain Blue. Blue? Blue. Oh, je äppische. Du, 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 du. Natürlich nicht. Und das war es noch mit der Folge tatsächlich. Die ist ja auch nur sehr lang. Ist ja keine Fall. 15 Minuten. Nein, Spanns. Ja. Auf jeden Fall, wenn ihr euch den Part gefallen habt, könnt ihr liken oder abonnieren, falls ihr neu seid. Wenn ihr es nicht macht, dann macht ihr es nicht. Lul. Und sie baut uns dann jetzt eine Brücke wieder. Boah, ja, man. Ist ja nicht so, dass die anderen zwei das auch können, ne? Doch, der Hammer unterscheidet sich von der Farbe. Ich mal den kurz an, Alter. Auf einmal, die winken wir damit. Soll ich auch mal mit dem Hammer winken? Nein, bitte nicht. Aber, wie gesagt, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Haut rein. Ciao. 事infestball. Musik 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 Musik